Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Wochenorakel. Ja, jetzt musste ich leider eine Zwangspause einlegen. Mein Sohn war krank. Dann habe ich privat ein paar Dinge zu klären gehabt. Es ist einiges in den letzten zwei Wochen zu tun gewesen, zu klären gewesen. Und ja, da musste ich einfach eine Zwangspause einlegen. Aber heute ist das neue Wochenorakel dran und zwar für die Zeit vom 27. Mai bis zum 2. Juni. Und wir schauen uns hier mit diesen Kipperkarten die Wochentendenz an. Das ist eine allgemeingültige Legung, bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Du kannst natürlich gerne eine Kartenlegung bei mir haben. In der Infobox findest du meine Mailadresse, schreib mir einfach ein E-Mail, wenn ich für dich in die Karten schauen darf. Wir schauen uns hier mit den Kipperkarten die allgemeinen Wochenenergien an, die natürlich nicht auf jeden zutreffen können. Es kann auch ein paar Abweichungen geben, es können nur Teile passen. Es kann natürlich auch die komplette Legung für dich passen. Das wirst du spätestens Ende dieser Woche dann gesehen haben, ob dieses Orakel eben jetzt für dich bestimmt ist. Es sind einfach allgemeine Tendenzen. Auch ist es so, dass wir hier kein Thema festlegen. Wir lassen einfach die Karten sprechen. Und jetzt würde ich sagen, es geht los mit der ersten Karte. Und da haben wir die Hauptperson. Na schau mal, da ist schon mal die weibliche Hauptperson rausgekommen. Das ist für mich die Zuschauerin oder der Zuschauer, das bist hier du. Also du wirst hier in dieser Woche eine sehr wichtige Position in deinem Leben einnehmen. Was es damit auf sich hat, sagen die weiteren Karten. Oh, dann haben wir noch die männliche Hauptperson. Das ist sehr interessant. Also entweder ist das hier dein Partner, dein Wunschpartner, jemanden, den du kennenlernen wirst. Also es kann auch hier jede andere Person in deinem Leben sein. Wir wissen jetzt hier bei den beiden Karten noch gar nicht, wer das sein wird. Schauen wir uns einfach mal die weiteren Karten an. Weiter geht's mit der Karte Verzweiflung. Also hier wird es in dieser Woche, ja, Verzweiflung geben mit einer anderen Person. Das kann mit dem Wunschpartner sein. Das kann mit dem Partner sein. Es kann sein, dass dein Vater, dein Wunschpartner verzweifelt ist. Es kann aber auch sein, dass es sich hier um Sohn, Tochter, Nichte, Neffe, Bruder, Schwester, egal um wen jetzt handeln. Aber es schaut in dieser Woche so aus, dass entweder du hier am Verzweifeln bist wegen einer anderen Person oder eine Person ist in dieser Woche sehr stark verzweifelt. Und du wirst hier eine wichtige Rolle spielen. Das kann natürlich auch ein guter Freund, eine gute Freundin sein. Dann haben wir reiches Mädchen. Es geht also hier auch noch um eine andere Person. Hier mit diesen drei Personen Karten würde ich sagen, es handelt sich hier um eine Dreiecksgeschichte. Um eine Dreiecksgeschichte, wo man hier sehr, sehr stark am Zweifeln ist. Es kann natürlich auch sein, dass das reiche Mädchen jetzt hier Sohn, Tochter von dir und deinem Partner ist. Es kann aber auch sein, dass du hier mit deinem eigenen Kind verzweifelt bist, Probleme haben wirst. Oder jemand anderes wird hier mit einer anderen Person Probleme haben. Aber was ich so gleich am Anfang reinbekommen habe, Dreiecksgeschichte. Dann beunruhigende Nachrichten. Na super. Diese Woche scheint hier sehr turbulent zu sein. Es scheinen hier turbulente Nachrichten, beunruhigende Nachrichten auf dich, auf deinen Gegenüber, auf eine andere Person zukommen, die einen schon ein bisschen verzweifeln lassen. Und dann haben wir noch die Ehestandskarte. Also das ist eindeutig. Es ist eindeutig, es handelt sich jetzt hier höchstwahrscheinlich nicht um anderweitige, private Dinge, familiäre Dinge, berufliche Dinge. Es handelt sich hier ganz, ganz sicher sogar um eine Dreiecksgeschichte. Die Ehestandskarte ist die Beziehungskarte. Da ist vielleicht hier noch jemand vergeben. Du bist vielleicht noch vergeben. Jemand hat noch anderweitige Verpflichtungen. Und das scheint in dieser Woche so zu sein, dass hier beunruhigende Nachrichten kommen. Dass man hier verzweifelt ist. Vielleicht dein Gegenüber, vielleicht auch du. Vielleicht erfährst du jetzt auch, dass gerade den, den du gerade kennenlernst, noch vergeben ist, noch anderweitige Verpflichtungen hat. Aber hier, das ist eindeutig, wenn man sich diese Kartenlegung ansieht, es handelt sich hier um dich, um einen Gegenüber, männlich wie weiblich und um eine dritte Person. Was die Beziehungsebene betrifft. Es geht hier also um partnerschaftliche Dinge. Da kommen hier leider Gottes beunruhigende Nachrichten und man wird verzweifelt sein. Es kann natürlich auch sein, dass du einen Partner hast, wo du jetzt erfahren wirst, dass dieser Partner höchstwahrscheinlich fremdgegangen ist. Das kann es sein. Es kann sein, dass du einen Wunschpartner hast, der ganz plötzlich in eine neue Partnerschaft gegangen ist. Du erfährst das. Beunruhigende Nachrichten. Du bist verzweifelt. Oder du erfährst, dein Wunschpartner hat sich für seine Partnerin entschieden. Ebenfalls beunruhigende Nachrichten. Was natürlich auch sein kann, ist, dass es nicht dich persönlich betrifft, sondern eine Freundin, einen Freund, die gerade dieses Thema hier durchmacht und dich beschäftigt das auch. Das muss nicht immer dich persönlich betreffen. Es kann auch sein, dass das ein Thema ist, wo du auch damit zu tun hast, aber nicht als Hauptperson sozusagen, sondern um vielleicht einer guten Freundin bei diesen beunruhigenden Nachrichten, weil der Wunschpartner der Freundin vergeben ist. Oder in eine neue Partnerschaft gegangen ist. Oder keine Partnerschaft mit deiner Freundin möchte. Kann natürlich auch sein, dass es in diese Richtung gehen wird. Dass es nicht dich persönlich betrifft. Und bitte bedenkt, das sind allgemeingültige Energien. Was man aber hier sagen kann, ist, dass diese Woche sehr schwerlastig sein wird. Verzweiflungen kommen, beunruhigende Nachrichten im Bereich der Liebe. Und es kann natürlich nicht immer alles rosarot sein, aber die Energien für diese Woche sind sehr schwerlastig. Man hat mit einigen Dingen zu kämpfen. Das Leben ist nicht immer ein Honigschlecken. Und die, die gerade in so einer Konstellation sind, die vielleicht schon beunruhigende Nachrichten bekommen haben, die vielleicht schon verzweifelt sind, sollten vielleicht hinschauen, macht man so eine Dreiecksgeschichte lange mit oder steigt man hier aus. Denn in diesem Falle wird niemand wirklich glücklich werden. Und du schon gar nicht. Wenn du zum Beispiel die Affäre eines gebundenen Mannes bist. Und da muss man halt einfach hinschauen, wenn solche beunruhigenden Nachrichten kommen, wenn solche Verzweiflungen kommen, macht man gewisse Dinge weiterhin mit oder sagt, nein, mir ist mein Seelenleben, meine Gesundheit, mein Wohlbefinden wichtig. Denn das schlägt sich irgendwann auf die Psyche, auf die Nerven. Diese ständige On-Off, diese ständige Ja-Nein-Heiß-Kalt, das ist etwas, was einen wirklich auch krank machen kann. Energetisch auslaugen, energetisch krank machen kann. Und da solltest du dann überlegen, steigst du aus dieser Sache aus oder bleibst du eben weiterhin drinnen und bleibst weiterhin in dieser Verzweiflung. Solche Geschichten kommen nicht einfach ohne Grund. Sie möchten einem auch hier wirklich etwas aufzeigen. Ja, so schwerlastig die Energien in dieser Woche sind, ich drücke euch die Daumen, dass ihr das alles sehr, sehr gut meistern werdet. Schauen wir uns einfach dann nächste Woche das nächste Wochenorakel an, vielleicht sind dann die Energien schon wieder besser. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, bis bald und alles Liebe, ciao! Ciao!